Message Control, das neue Buch von Gerald Fleischmann. Ich habe es für Sie gelesen, damit Sie sich nicht durchquälen müssen. Danke. Sehr gerne. Und in diesem Buch beschreibt Gerald Fleischmann sehr eindrückliche, wie man aus Sebastian Kurz unverständlicherweise einen Bundeskanzler hat machen können. Unter anderem mit der SNU-Methode. Strategisch notwendiger Unsinn. Das ganze Buch ist ein strategisch wenig notwendiger Unsinn, wenn ich das so sagen darf. Ich habe es auf Englisch übersetzen lassen. So, der Professor Filzmöer hat mir das Wichtigste angestrichen. Was steht da drin? Dad, Cat, Nirvana und Snoop Dogg. Das sind nur ein paar Details von diesem SNU, mit dem die ÖVP jahrelang gearbeitet hat. Die Frage ist, arbeitet die ÖVP immer noch mit SNU? Ich weiß es nicht, aber ich interviewe jetzt Karl. Ich bin heute aufgewacht mit einem SNU, einem seltsamen neutologischen Unwohlsein. Jetzt geht's mir schon ein bissl besser. Herr Bundeskanzler, Sie haben soeben mit Volodomir Selensky ein Gespräch geführt. Können Sie das zusammenfassen? SNU! Selensky und ich haben Unterhaltung lief wie folgt. Ich bin hingegangen und habe gesagt zu ihm, Volodomir, die Forster müssen wir entgegenstrecken, den Russen, den Putin im Osten. Was ist mit der Ostgrenze? Hast du die gut abgesichert? Nimm dich an der Nase, schau dir mal an. Hast du eine Mauer dort hingebaut? Ist diese Mauer aus stabilen Ziegeln aus Stahlbeton? Wenn nicht, bau eine Mauer. Und zwar die ganze Grenze entlang. Und wenn du das machst, dann gibt es mit dir SNU. Nämlich Schengen-Neu-Ukraine-Inklusive. SNU eigentlich. So, nächstes Thema, SNU-SNU. Sozis nerven unendlich, streiten nur untereinander. Die SPÖ hat jetzt sogar in Berlin die Wahl verloren. Also die brauchen dringend einen neuen Obmann. Ich kann es nicht machen. Ich bin ja nicht geisteskrank. Und ich glaube, auch hinter mir an dieser gigantischen Matroschka-Statue ist kein Obmann drin für die SPÖ. Wait. Ich hab gehört, die ÖVP hat gesagt, in der Matroschka wäre kein neuer Obmann, keine neue Opfrau drinnen. Auf Deutsch heißt das, da ist ein neuer Obmann, eine neue Opfrau drinnen, weil die ÖVP vertritt das immer. Jetzt schauen wir mal nach, ob da drinnen vielleicht neue Obfrau oder Obmann ist. In der Matroschka schau... Oh nein. Es ist wieder eine Matroschka. Aber ich gebe den Kampf nicht auf. Ich schau noch einmal nach. Es ist ja noch eine zweite Chance. Erneut ist eine drinnen. Ich kann mir nur vorstellen, die ÖVP wollte uns da in eine Obmann-Debatte hineinreiten. Sag jetzt SNU. Suche neuerlich unterbrochen. So, jetzt bauen wir's wieder zusammen. Ob Mann, Obfrau, werden wir am Ende sehen, wo's rauskommt. Wo eine Neuskamera läuft. Ja, bei dieser leidigen Obmann-Debatte. Alle, die sich dafür interessieren, kann ich sagen SNU. Die sind sicher noch unfähigere als die Randy Wagner. Das ist aber sehr nett, lieber Peter. Danke, dass du mir den Rücken stärkst. Das find ich SNU. Sehr nett. Uh. Ich bin schon SNU. Ich bin sehr neugierig. Ui da. Also, ich bin in der Frage nach der Obmannschaft sicher SNU. Also, sicher nicht ungeeignet. Aber ich möcht' SNU sein. Sicher nicht unfair. Das soll der Bürgermeister von Wien entscheiden. So, auf den Köder wieder abbeißen, glaub' ich. Für meine Hosentiräger musst du eine ganze Giraffe ins Gras beißen. Nicht zum Abschluss freigegeben. Und dann ist SNU eine geheime Namensliste unfilmbar. Von daher nicht filmen, gell? Von daher darf ich nicht filmen? Von wo darf ich filmen? Nein, gar nicht. Von dort? Nein, wenn ich von daher sage, meine ich gar nicht filmen, ja. Ach so. Debatte beendet. Maschek, meine sehr verehrten Damen und Herren. Großartig. Peter Hörmann-Seder und Robert Stachel. Ja, das war jetzt der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist das halt. Wie beim Fußball. Man kann es nicht allen recht machen. Aber, Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren. Auch nie verkehrt. Kommentar da lassen. Liken. Bis zur nächsten Woche.